es herzlich willkommen zurückzu 3 multiplayer und mit dabei ist Mr. Kimi K. LP ja und ich werde hier mal eine Runde Jet fliegen und leute diesmal nämlich auch auf ich werde auch alles aus meiner Perspektive sehen genau wahrscheinlich fliege ich nicht lange aber das ist egal Hauptsache du fliegst überhaupt ne genau ich fliege mal hinterher ok ich höre schon auf den Sounds ja ja so ich bin ja hinter dir was da fliegt die Sau ja vor mich hä gerade hinter dir kurz aber jetzt bin ich hier in Richtung schritte feindlichen Schrauber mh ich sehe es ich hab schon schon die Lenkraketen für den Jet heißt auf Deutsch ich lass gleich die Raketen raus ok ja ich hab die glaube ich noch nicht diese Raketen warum nicht du bist doch jeder Jet Fliege nein und das war für den Helikopter wir feindlich was das war knapp jetzt ist es neun gegen neun jetzt ist es schon besser und ich musste ausspringen und das ganze gehört uns uiuiuiui ok dann mach ich jetzt bisschen was auf nahkampfmäßig ist mal komm ein bisschen weiter übersegeln kannst du noch alter der Typ ist voll übertrieben ach so ja ich bin auch dabei ja Leute das ist der Stefan wer ihn noch nicht kennt und ein anderer von uns sitzt oben in den riesen dann stimmt genau so Leute ich komme haltet durch weil er will zum Flugzeug haben wieso ich versuche hier grad zu landen landen ist sehr schwer hinter dir ist übrigens ein Feind der dich jetzt abgeballert hat ich hab's genau gesehen die Info kam bis ich hinzu ich habe ja ich habe mir auch gerade bis über mich rüber und dann habe ich den erst gesehen und schießt das ist jetzt ganz schön breit jetzt mal eine wird man in der Oma sinken die A-A-Kanone die A-A-A-Kanone schießt hier meine Richtung oder ich schieß jetzt in deine Richtung genau jetzt ich hoffentlich als Rückendeckung keine Ahnung ich renne das Richtung C weil da ein Panzer von uns ist das obwohl sich C schon fast gar nicht mehr lohnt das haben sie gleich ok dann war nicht zu das ganze ist kaputt das noch rausgesprungen ne zu spät es war leider schon zu spät da wird schon was kommen das wird noch das unser helikopter ist ja nicht in der luft ist ja kaputt gegangen ich warte jetzt mal auf den helikopter damit die leute mal sehen können bis hin beim cockpit aussieht für mich die leute die leute leute ich habe mich jetzt mal in den Kanzel so ich glaube ich würde sagen wir gehen aufs ganzes Lose wenn schon in unserem Team ist dann kann dies ruhig unsere Raketen fressen Prozent die Zünder geht noch rein sie kann uns so gut mit dem Jet fliegen das ist doch unnommen okay Leute ich würde sagen wir sparen uns aber mal zu tun ich habe auch ein paar Sachen als die andere Seite fährt denn der da vorne war einer mit Raketenwaffe aber wenn der hin und her dann kann ich den nicht weil dort die Färten der städte ich auch die Schöchern sie gibt zu den Kampusen und natürlich hat sich unsere Kollege jetzt sind wir drauf ich bin bis zum schluss drin geblieben weil meistens hat das kein sinn wenn sich panzer gegenwärtig ab 2 ja super dorf können wir uns trocken ja dann trocken uns doch mit da ich habe jetzt mal die a3 dabei mit der 93 dem defibrillator und dem weg was willst du da oben ja von hier oben aus da drüben den fuzzi zum beispiel abknallen die saust und hatte ja ich bin premium bevor ihr fragt bis zu premium ja ich bin premium wo sie so hin wo auch einer ich schon blieb wenn diese point hat man gesehen es ist so scheiße so auf der schießte die wo ist auch schon mehr war dort sitzen in der Ecke Räume und ist auch das war gut die Haltrufganger 8 der Ball daneben und den Kopf der Säder da und er wird gerade genommen was oder mit der F 2000 oder die mussten noch probieren Ohr alles zu grün und alles so weißen müssen wir weiter Ohr was weiß bin ich drin dann fliege ich auch noch mal ich bin gerade am links hast du auch gerade den grünen back alles grün ist sozusagen in meiner aufnahme unser fahrzeug und toll die Brüder durch schritte die Fahrzeuge aus vorzunehmen Prozentscheidung und die Stoß fragte sich warum Daniel Dahl-Low-Low-Sang ja ich glaube die die Kurve war zu um wir verlieren abc und d dann los es bereitet nachfolge die uns zu kursen ältschen ich bedenke hätte sich nicht auf dem quad festen und hälst uns unter 50 so wie ich vor er hat er hat er hat er ich konnte nicht sehen was er macht und sein abgesprungen er die Opfer ist bis zu einem Wettbewerb in den großen Flieger übergeben immer schießen so kann ich nicht rein weil ich jetzt drin sitzen die Pachtel ab in die Wüste Daniel ich sehe dich da und nicht schießen muss den sand nicht aufwirbeln beschießt mal d d einen moment klar gut das sind aber schon zwei panzer von uns und ein feindlicher anscheinend auch noch sein kopf frankiert ich bin hier der tankstelle im haus aufbauten müssen ich bin hier der tankstelle im haus aufbauten bist du ich bin hier der tankstelle im haus aufbauten m 15 die hat sie jetzt das freigeschaltet ja die karte den benutzt die zuerstes die es jetzt ist jetzt in dieser letzte mal schon bei uns bin weil der eine mit dem jet rein geflogen ist da habe ich ja noch nicht langer hau und gehört uns gehört alles sei und gehört abcd zum poppisten ich bin kurz gucken Läger Läger und Soldat das ist ein Leben wenn sich hier ich habe mal den mit was sehen wenn die ich hätte muss man sich muss man denken wenn die ist ein Panzer oder so kann ich mit dem Raketenwerfer kein nur Panzer oder auch zu können mit dem Raketen auf dem du es das was er ist noch vor Ort Läger diesen zweiten also das ist nur für Fahrzeuge das ist ein Sieg an den roten Fahrzeuge und dann gibt es noch um die Smart von der Konzer alles außer Flugzeug und das geht nicht das gibt es gibt es gibt es zu stehen über uns fliegt ein Helikopter ja kommt den mal weg ok unser Kollege hat einmal geschossen die Rakete hat abgewehrt jetzt du gleich hinterher perfekt und weg ist er mit Stuttgart jetzt direkt aber 100 die kriegt 100 Jahr 172 da hinten sind nämlich noch Panzer siehst du denn wer wird das Wort mit der Timur ist aber nicht so für Luft was so für Luft ist denn ja weil und dann gibt es noch einen Javelin und der ist für Fahrzeuge für Boden Fahrzeuge aber dafür nicht für den Himmel wo ist der Jet jetzt kann ich irgendwo hochklettern ja hier auch kannst du auf das Dach kommen auf den Kran hier kann ich auch glaube ich wo bist du ja hier kannst du von hier drin ich geh auch mal mit hoch links 2 3 4 wir gucken der Sonne entgegen knapp der Sonne entgegen links 2 3 4 links 2 3 4 links 2 3 4 man dauert das lange nicht dauert das es geht noch weiter ich dachte schon vorbei man dauert das lange man da oben kennt einer von uns oh ja hier kann ich schön und geht noch die und nein wir sind noch nicht zu Ende es geht noch weiter so und jetzt ist zu Ende nein es ist immer noch nicht zu Ende hey aber jetzt ist zu Ende ja heilige Scheiße und dann so C4 runterschmeißen und ich lege mal zum Sniper Kollegen der Munition hin weg ich lege durch sofort ein hinterher dann das fehlt es hier von Fatih Gameran nach 1 ich muss die Sniper im Zorn alles ist Leben was ich hab und dann landete und Schrauben müssen ein Punkt nur Fahrzeugunfähig gemacht da er warst du noch nie du bist zu sagen in Medica der so oft ist es so liebte Munition auch der Sniper 2. die Scheiße es gibt ihn auch nicht mehr und man bleibt hier oben stehen bleibt hier oben stehen ich komme gleich weil ich mich gerade selbst umgebracht habe wo er schießt ja und ein Kollege der geraucht ein bisschen musste durch ich kann hier nicht zutreten aber doch kann ich gut du wolltest Raketen haben bitteschön ja zwischen und dann würde ich auch noch was kurz nachschubpunkte die bräuchte auch noch für Mission für Nürnberg so ich habe so gut wie viel Probe Korrektur sie vor vor Ort sehr viel fliegt und löften feindlich genau man sich hier an BAM jawoll das recht wird sich für ihn ist das gleichwohl zu tun so eine Falle darunter schade der ist schon kaputt Los fliegt doch jetzt mal So und dann fliegt der Perfekt Ist schon geil, da habe ich echt einen so gekillt, ey Ist ja mal richtig Hammer Ja, die Premium Maps sind schon schön, na? Wo ist denn jetzt? Jetzt fliegt doch immer Kein Schwein mehr Von denen Das ist unser 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zurzeit ist auch nur unser In der Luft Achtung, das ist unser Schiss gekriegt Bist du das ständig hier? Ich bin es Ich bin es Ja, das Da ist vorhin einer reingelaufen Ich zünde Eiskaltkriegpunkte Greif dieses Einsatzziel an Oh, wir haben nicht gewonnen, gern Ich springe Ich springe jetzt runter Ja, ich auch Wuhuh Kann man ja Ach, schuldig Ich wollte gerade mal mit sich hochjagen Ja, das hättest du auch gern Ich wollte mich hochjagen Ja, so So, oh, naja, gut, viele Punkte haben wir hier nicht gekriegt. Aber, ist ja egal. Alter. Jöj, jöj. So, und dann mache ich hier einen kleinen Schnitt. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.